Medien, Hertha BSC will Anteile von Investor KKR zurückkaufen Fußball-Bundesligist Hertha BSC plant offenbar, den derzeitigen Anteilseigner Kohlberg Kragis-Roberts. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital in seiner Online-Ausgabe. KKR war 2014 beim Hauptstadt-Club als Investor eingestiegen und hatte damals für rund 18 Millionen Euro 9,7 Prozent der Anteile an der Spielbetriebsgesellschaft übernommen. Insgesamt belief sich die Investition durch Darlehen und Unterschriftsboni auf 61,2 Millionen Euro. Laut Capital besteht zwischen Club und Investor eine Vereinbarung, die es Hertha ermöglichte, das Aktienpaket für 27,8 Millionen Euro zurückzukaufen. Für die Beendigung der Vereinbarung mit KKR und die Begleichung noch ausstehender Rückzahlungen würden weitere rund 43 Millionen Euro fällig werden. Um das Geld aufzutreiben, plane Hertha die Platzierung einer Anleihe von bis zu 40 Millionen Euro bei institutionellen Kapitalgebern. Auch Bankkredite sollen aufgenommen werden.